I love you, 3000. Okay, Spaß beiseite. Ich bin Donofz204 und in diesem Video werde ich euch alle Infos zu dem Community-Event nochmal zusammentragen. Regeln, Preise, etc. Vorher danke ich noch Mimi für dieses wunderschöne Artwork. Danke Mimi! Nun aber ab zu den Regeln. Ähm, die Teilnahmebedingungen. Wenn ihr teilnehmen wollt, erstellt ein RPG-Maker-Projekt zu einem der folgenden Themen. Thema 1, Superhelden. Thema 2, Super-Shoken. Ihr könnt den RPG-Maker eurer Wahl verwenden. Es muss nicht der RPG-Maker im Set, nicht der RPG-Maker im Wii sein. Egal welchen RPG-Maker ihr verwendet, das ist okay. Hauptsache ich kann das Spiel am Ende spielen. Was ist ein Superheld? Ein Superheld ist eine fiktive Figur, die meist übermenschliche Fähigkeiten oder Hightech-Ausrüstung besitzt. So Wikipedia. Natürlich kann ein Superheld auch übermenschliche Fähigkeiten und Hightech-Ausrüstung besitzen. Das eine schließt das andere natürlich nicht aus. Dasselbe gilt für Super-Shoken. Ein Super-Shoke ist dementsprechend ein Shoke mit übermenschlichen Fähigkeiten oder Hightech-Ausrüstung. Ähm... Wir werden euch da aber auch nicht 100% genau festnageln. Wir schauen dann einfach mal, woran lag es, dass es vielleicht über die 3 Stunden ging oder vielleicht unter die 30 Minuten ging. Aber bedenkt, eine Disqualifizierung aus diesem Grund ist durchaus möglich. Abgabefrist der 19. November 2021 um 23.59 Uhr. Bis dorthin solltet ihr das Projekt an mich oder Speedy geschickt haben. Im Idealfall an mich. Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Das waren jetzt im Grunde die groben Regeln und das Wichtigste. Es kommen jetzt noch zusätzliche Bedingungen. Und die wären... Euer Steam-Name sollte im Projektnamen enthalten sein, um die Preise entgegenzunehmen, weil wir müssen feststellen können, wer welches Projekt eingereicht hat am Ende. Jedes Projekt benötigt einen kleinen Beschreibungstext. Ihr beschreibt einfach kurz den Inhalt eures Spiels, schickt diesen Beschreibungstext im Idealfall an Speedy bis zum Abgabetermin oder reicht ihn einfach mit eurem Projekt zusammen an mich ein. Dann überreiche ich das Ganze Speedy. Wir benötigen von jedem Teilnehmer ein Avatar in Form eines Charsets. Ihr erstellt einfach im Figurenerzeuger beim Apigymaker MV oder MZ einen kleinen Avatar und könnt das Ganze dann ebenso an Speedy senden. Der Avatar sollte euch repräsentieren und keine Figur eures Spiels. Wenn ihr da irgendwie Probleme habt, wendet euch an mich. Wir können das auch zusammen machen. Wir können auch zusammen ein Avatar im Apigymaker MV erstellen, wenn ihr diesen nicht besitzt. Also wenn ihr euer Projekt mit dem Apigymaker XP einreicht und den MV nicht besitzt, ist ja klar. Dann werde ich euch da helfen. Euer Projekt darf nicht vor dem Livestream veröffentlicht werden. Es dürfen nur legal verfügbare Ressourcen verwendet werden. Also nicht irgendwo aus dem Internet euren Lieblingssong downloaden und verwenden oder irgendwo irgendwelche Grafiken von Google einfach verwenden. Das wäre nicht gestattet und führt zur Disqualifizierung eures Projektes. Das Projekt muss eine Quellenangabe, ein Abspann oder Credits enthalten. Das heißt am Ende des Spiels oder am Anfang des Spiels oder wo auch immer oder im Menü ein Auswahlpunkt. Da müsste die Möglichkeit existieren zu sehen, woher habt ihr die Grafiken, die Musik etc. Woher habt ihr das? Ihr müsst euch in der Steam-Gruppe anmelden, sonst könnt ihr nicht teilnehmen und dementsprechend auch keine Preise entgegennehmen. Das wären alle Bedingungen, die es gibt. Ihr könnt Fragen dazu hier in die Kommentare stellen oder bei mir auf Discord oder ebenso in der Steam-Gruppe etc. pp. Ihr könnt auch Leute privat anschreiben, mich oder Speedy in dem Fall. Das wäre kein Problem. Gut, next wären die Preise. Es gibt 3x10 Euro Steam-Guthaben per Zufall an die Teilnehmer. Ich werde einen Zufallsgenerator verwenden, um aus allen Teilnehmern 3 auszuwählen, die jeweils 10 Euro Steam-Guthaben gewinnen. Zusätzlich werde ich noch 3x5 Euro an die Teilnehmer des Siegerteams verlosen. Das Siegerteam fragt ihr jetzt. Ihr wählt aus, ob ihr ein Spiel über Super-Schurken macht oder ein Spiel über Super-Helden. Und das Thema, was am häufigsten gewählt wurde, das Thema gewinnt. Und allen Teilnehmern, die dieses Thema gewählt haben, verlose ich dann die 5 Euro, die 3x5 Euro. Ihr habt dann dementsprechend nochmal die Chance, 5 Euro mehr zu gewinnen. Denn ich bitte euch, nicht hier in die Kommentare oder irgendwo anders öffentlich zu schreiben, welches Thema ihr verwendet habt. Weil sonst könntet ihr euch ja einfach absprechen. Wäre ja auch nicht so optimal. Dann wäre das Ganze nicht so witzig. Würde ich sagen. Und es ist auch einfach überraschender zu sehen, dass man beim Siegerteam ist. Gut, wenn Fragen sind, wie gesagt, ab in die Kommentare damit. Gut, nun zum Event. Das Event. Das Community-Event findet dann live am 26.11. statt. Kann sich aber noch verschieben zum 27.11. oder ähnliches. Das werde ich dann eine Woche vorher oder so noch bekannt geben. Das wird auf jeden Fall vorher bekannt gegeben, falls sich da was ändert. Ansonsten findet das Projekt, äh, das Community-Event, der erste Stream, findet am 26.11.2021 live auf meinem YouTube-Kanal statt. Dort werde ich all eure Projekte streamen. Nicht an einem Tag, an mehreren Tagen, aber wie gesagt, dazu später mehr. Nachdem eure Spiele gestreamt wurden, dürft ihr diese Projekte gerne überall veröffentlichen. Vorher logischerweise nicht, wurde ja gesagt. Falls uns auffällt, dass die Teilnahmebedingungen nicht eingehalten wurden, behalten wir uns natürlich das Recht vor, diese zu disqualifizieren. Also wenn eines der Projekte, ähm, das Thema Superschurken oder Superhelden nicht erfüllt, ähm, dann nehmen wir uns natürlich das Recht raus, es zu disqualifizieren. Oder wenn es die 3-Stunden-Spielzeit nicht einhält und es plötzlich 5 Stunden sind, oder es nur 5 Minuten hingerotzt am Müll ist, dann nehmen wir uns das Recht raus, das zu disqualifizieren. Am Ende, wenn alle Projekte gestreamt wurden, werden die Gewinner im letzten Stream per Zufall ausgelost. Habe ich ja bereits bei Preise gesagt. Aber nochmal an dieser Stelle gesagt, wann es stattfindet, wenn alle Projekte gestreamt wurden. Das heißt, wir wissen jetzt noch nicht genau, wie viele Projekte eingereicht werden und dementsprechend nicht, wie lang die Streams werden, wie viele Streams. Verzeihung, meine Stimme war kurz, komplett weg. Ähm, wir wissen nicht, wie viele Streams, äh, es werden, wir wissen nicht, wie lang die Streams werden, aber am Ende werden sie live im Stream ausgelost. Komplett, ähm, transparent. Damit ihr seht, wann, warum, wie etwas ausgelost wird. Ähm, wir machen das nicht einfach hinterrücks irgendwo. Gut, das waren alle Informationen. Und ich danke fürs Zusehen, fürs Interesse. Und ich würde mich freuen, wenn ihr teilnehmt. Ihr könnt ja mal kurz in die Kommentare schreiben, ob ihr teilnehmen wollt oder nicht. Würde mich interessieren. Ähm, wenn nicht, dann ist das halt so. Dann könnt ihr ja trotzdem die Streams gucken. Wird trotzdem spannend, glaubt mir. Okay, tschüssi! 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 Tschüssi!